Solo jetzt zu den beiden Sammlungen als früher. Wie man sieht, die Nummern sind die gleichen, deshalb lasse ich gerade auch bloß einspielen. Sind auch beide dann eingeteilt. Also entweder ist das ein Talent oder das war schon. Die Gehäuse sind beide ungedämpft, nacktes Plastik. Also irgendwie hätte ich mehr Hub erwartet. Und schau wie viel der aushält. Naja, das sind nicht die besten Sammlungen, da hatte ich schon mal deutlich bessere. Das ist auch eine relativ kleine Schwächspur hier. Also, tschüss bis zum nächsten Video.